NABU Osterode Vereine stellen sich vor Vereine stellen sich vor ist ein Projekt des Stadtmarketings der Stadt Osterode am Harz. An den Samstagen vom 28. Juli bis zum 6. Oktober 2012 stellen sich auf dem Martin-Luther-Platz Vereine der Stadt vor. Ja, guten Morgen liebe Osteroder und Osteröder. Wir stehen hier heute Vereine stellen sich vor. Ein Infostand des NABU Osterode zum heutigen Samstag von um 9 bis um 13 Uhr informieren wir hier über Tier- und Artenschutz und sind für die Bevölkerung da, um ein bisschen Informationen auf neue Mitglieder zu werben und auch Werbung für unsere neue Jugendgruppe zu machen. Der grüne Ausstellungspavillon befindet sich neben dem Eingang der St. Egidienkirche und profitiert bei diesem Standort deutlich von dem parallel stattfindenden Wochenmarkt auf dem Kornmarkt. Natürlich waren wir vom NABU Osterode direkt dabei und haben der Öffentlichkeit unsere lokalen Projekte und die Arbeit des NABU insgesamt nähergebracht. Hier durfte dann ein Hinweis auf unser Projekt, eine NABU-Gruppe ins Leben zu rufen, nicht fehlen. Bei unseren aufgeschlossenen Osterodern war es dann auch kein Wunder, dass unser allgemeines Informationsmaterial, der NABU stellt sich vor, und unser Jahresprogramm zum Ende der Veranstaltung fast vergriffen war. An diesem sonnigen Morgen hatten unser erster Vorsitzender, Herr Wolfgang Racco, und unser Ornithologe, Herr Fritz Ahrens, und ich viel Freude, unser Anliegen an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Osterode heranzutragen. Ich bin mir also sicher sagen zu dürfen, dass das Projekt Vereine stellen sich vor, vom Stadtmarketing Osterode, ein tolles Konzept ist, bei dem der NABU Osterode sicher auch in Zukunft wieder dabei sein wird. NABU Osterode e.V. Abgunst 1 37520 Osterode am Harz Sparkasse Osterode Bankleitzahl 263 51015 Kontonummer 80499